Das ist die Frage, ich habe mich wenigstens schießen, das gibt es aber schon seit längerem nicht mehr, gell, weil das ist zu gefährlich geworden mit Schwarzkuldnern. Jetzt ist es halt nur so, es wird halt nur noch vereinzelt auf Wand und Boden laufen. Und der Fahrgäste wird da schon ein Flügelhorn rübergeblasen, also wenn es gewünscht wird, kann man dann das Echo dann einmal hören. Wir haben natürlich auch ein Flügelhorn dabei, für den Echo gewünscht werden sollte, kann ich es schon einmal probieren. Und ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das Boot bleibt jetzt dann stehen, aber wenn ich da so weit bin, ich muss die Fenster aufmachen, auf der rechten Seite dann, weil das Echo rein kann. Links zu machen, sonst geht es Echo durch, gell. Ja, das Echo-Blasen, das ist halt so eine Sonderendlage. Das pergunt lauht jetzt mal. Das sieht ja auch mal, was. Wo corri那就ieren. Von an draußen, hein? Gallen, gegangen. Hallen, gegangen. Muss ich da draußen bestellen? Ja, bei was? Ja, nämlich. Musik Applaus